hallo und herzlich willkommen zu einer neuen minecraft map diese nennen sich minecon live rush race und ja wir sollen angeblich diese einstellungen aus schalten und ja auch mein gott nein alter ich muss die fov haus haben warum auch fancy graphics alter aber mal wenn ich ja laufe ich gehe jetzt normal und jetzt laufe ich man sieht das gar nicht show high scores three two one go creeper chasm hey alter diese mucke das ist irgendeine copyright free es ist irgendeine copyright freie musik alter alter ich das ist so verstören weil du nicht siehst wenn du läufst ach fuck it da alter also alter die musik ist so geil okay ich glaube ich weiß nicht ob man das auch zu zweit spielen kann alter diese animation sind ja geil wacke fox ach ach du scheiße ey dick down ähm alter diese animationen sind geil aber warte mal mich hier ich ich mach das jetzt an obwohl da steht man soll es aus haben aber ich will zumindest sorry aber ich will das halt so haben ich kann nur so spielen weil dann kann ich auch sehen wenn ich lauf deswegen das hier mache ich nicht aus okay ähm probieren wir mal den pro modus 3 2 1 go 3 2 3 2 3 4 4 4 5 5 5 5 5 6 5 5 5 5 5 5 6 7 7 7 8 7 8 8 8 9 5 9 9 9 11 13 15 Alter, diese Animationen sind cool. Wack a fox. Ja, verpiss dich. Wack a fox, wack a fox, wack a fox. Easy, bam, durch da. Okay, finish. Äh, äh, okay. Ich weiß halt nicht, ob man, ob man das auch zu zweit spielen kann, aber ja, das war die ganze Map, das war ein bisschen kurz und ja, vielen Dank fürs Zuschauen, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder, haut rein Leute, tschüss. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder.